Oh Jetzt müssen wir wieder bürger runtergefeuert und endlich am boden angekommen eine statur so ein bisschen hier müssen wir zu den beiden orangen erst mal auf der anderen seite so bin gelingen wir sind wieder diese eier naja schon erste es ist ein säure titan warum ist ein solcher titan ausgekommen das ist ein bisschen zu extrem naja der macht jetzt kaputt obwohl das geht nicht kaputt au 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 key week du stark ja komm 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 nein mein wo ist er da kommt zu dir bei mir nicht hier mit 32 proben kann sie aber kommen 32 normal das meint was mich ein bisschen bei dieser waffe stört ist irgendwie die magazin ist relativ schnell lehrer um ein elektro dinge haben wir zu sagen sind gegner damit mit dem muss man es aber kloppen außer wir nehmen einen großen umweg oder die sehen uns aber kommen sie auf uns das habe ich ja noch in an kämpfen geschickt jetzt kommen soll ich jetzt kommt er könnte ja nicht einfach sein leute ja ja ich habe gehört ja 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 der stöber da war der stöber okay so falls du brauchst da kommen welche da einer kommt ich war die ganze zeit da hoch ich komme herum ja auch nicht noch nicht genau gehen hat da kann man auch leute so was hat denn da anträger ist hier wir sind ja also habe ich nicht gesehen ja irgendwie schon ich bin paket gefunden paket gefunden pflegepaket habe ich schon schon oh gott da sind ein paar gegner und ein bisschen stürmer ich glaube wir haben uns gesehen ja da habe ich gedacht da hatte ich mal kurz meine vorräte noch wenn ich wüsste wo die noch mal waren irgendwo hier hier war ne so hier ist noch einer ja 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 ich habe auch noch einst ich habe nur weiß ich nicht da sind wir es gegen die horden nicht gegen die starken sind machen wir nicht ich habe eine schwere mission da gibt es irgendwie den nennen denn einige spieler nennen hat den silber kopf das ist eine steinformation da gibt es viele drogen immer darum her ganz viele wieder proben warum denn selber muss doch denn muss doch denn fahren fahren wir ein paar insekten sachen ein paar proben von den insekten und dann gehen wir in den roboten mehr sachen abgegradet haben und so sagen wir ja das war wieder ihr dings stürmer ich habe panik noch mal ganz ins zwei kopien werfen oder so sich nicht bewegt aber meine pistole sei der deutschland von jahr links rufen von mein geschützt leute das geschützt muss euch erledigen nicht umgekehrt aber so viel angenommen genau die echten tritt ja tops es werden die alle sterben das war perfekt hier noch mein ich war irgendwo geht ja beschützt ich gehe einfach vorwärts gerade von so einem insekt und wir verwirkt werden ich habe mir auch irgendwie war da war irgendwie nur so ein einzelner so ja nein dein geschützer hat mich gekillt oh oh mein Gott da kamen gerade Gegner und natürlich war er geschützt irgendwie hinter mir außer irgendeinem Grund ich krieg jetzt nicht wieder alles zusammen das ganze gebäude kaputt gegangen ja nicht das heißt ja 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 das ist nicht blöd noch mal so säure titan was und säure titan ich habe kein anderes problem ich bin gar nicht aufstehen ich bin schon wieder so nein ich habe ihn schon zweimal ins gesicht geschossen was machst du ja ja ich bin bei dem titan gespawnt er hat mich ja angekotzt ich habe ein paar mitschills ja sporn ich bin einmal in dem drin gelandet nein der kotzt die an nach dem nächsten möchte der mein erstwerk aus der nächsten nähe sehen aber geweckt hat geweckt hat weil das tot der soll wir waren irgendwo da mein gott zwei zivilisten haben sogar überlebt heute ist noch ein stürmer was auch hinter der ich versuche mal den zu erledigen wenn ich geklappt ich habe meine raketen mehr da ist noch ein stürmer ist klar wo ist mein nachschub ist der nachschub da ist der nachschub ich habe mal deine proben aufgesammelt ok der stürmer steckt irgendwie fest ja ich habe die gar nicht eingeschossen da ist ein eingesammelt ja kein blödes geschützt da hat wieder die ganze situation ja es kann ja ja da ist nicht da ist noch ein stürmer wir waren ja auch ein bisschen getrennt an unseren türen ja ich bin dann in dem titan drin gelandet mit meinem mit meinem port aber da hat ihn leider nicht umgebracht und dann hat er mich voll gekratzt bin ich schon wieder gestochen da da ist irgendwo eine illegale übertragung die kann man auch locker machen ja genau das sind ja bei den blauen dingen und dann noch haben wir ja dafür ging was wir ja bisher gekämpft haben und nur drei leben verloren haben geht hat er eigentlich noch nicht aber wir gehen schon zwei drei säure titan gekämpft haben und so jetzt wieder ich glaube jetzt wieder so ein pilz irgendwo ja dann lass mal auf den drauf schießen da dürfte die sache müssen einfacher machen ja weil wir sind wir sind hier ich habe dickes und die elega übertragen kannst du einfach von beiden abschließen aber meinst du mein pilz sind irgendwie was zu sachen noch stürmer dabei dauert um vor zu sagen welche stürmer ich muss nachladen leute weg noch hat hat der panik schuss gerade von mir noch an das sind gleich wieder gegner und jetzt gesehen die situation ja ist noch ein stürmer ich glaube ich nicht ja und eigentlich irgendwelche banken eigentlich irgendwelche bank aus zum preise bisher gefunden da ja ja dann denke ich dir mal weg das hat mein mecker hier abgeschossen dann habe ich vier schüsse oder so gebraucht also klar ja ich reite der ich keine sorge ja mal herrte kommen dann ja ja ich kann einfach ich hatte eure ernte aber genau getroffen glaube ich warum warum da ich auch gar nicht gehen aber hier ist ein stürmer ich glaube wir sollten für uns hier weg gehen aber ich habe keine emotionen ich habe ich stürmer wo er geht aber auf mich los dafür soll von ihr verschwinden irgendwie skaliert hat ja schon wieder so ein bisschen keine sorge wir sind gerettet ich packe mein geschütze ich bin schon wecken ja nein meine zwölf und fünf proben ja ich habe gesehen ja dann auch ich glaube wir sollten weitergehen und da sind irgendwie nester aber das mal lieber darum auf dem weg ist noch eins da kann man versuchen aber ich würde da lieber in der nähe der evakuierung sein ich muss ich muss echt meinen exo anzug auf der einsetzen der zu einer langen zeit jetzt fünf minuten warten wir sind da mehr so ok fast nicht mehr ich glaube jetzt ein großes ding ich tue meine 500 kilo bombe das ist ein stürmer und er wird wahrscheinlich nicht da stehen bleiben irgendwie sagt bei denen trotzdem eingeschlagen naja muss ich alles nach wahren hier oh mein gott der gegner ich verziehe mich so viel auf einmal meine ganze flut vor der an an den sekten die da unten waren danke aber gerade ich werde gleich so was man sterben oh gott aber so groß nicht anzuschauen da kommen sie alle mein gott guck mal wie viele leute nein danke ich war ziemlich lieber noch weiter machen jetzt ganz sehr ruhig natürlich kommt das kommt jetzt gerade aus gesehen wie auf einmal so viele waren damit habe ich gesagt jetzt ziehe ich mich aber wirklich wenn du mitkommst oder nicht ist eigentlich mein problem aber ich verziehe mich jetzt gibt es aber körperung aber weiß ich doch nicht was du vor hast nur sei mal gott jetzt ja jetzt verziehe ich mich jetzt recht meine sachen wird er nicht an kotzen komm mal ein kollege kommen kommen na okay da geht er auf dich los nee da geht auf mich auf ich werde gerade dafür weil der gott noch leute na ja jetzt habe ich nach plan ich muss noch zeit zum nachladen haben wir noch wieder ich bin vorhin eingeladen hat mich gemacht ganz klar okay okay so und von bitter als taxi wenn er irgendwo jetzt ja 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 ich 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 nein lass mich mal eine kiste wenn die machen mein mecker kaputt das muss ich mich freuen mein mecker rein landen anfang stürmer ist ja meine eine probe tue ich jetzt nicht einsammeln so ich hatte einen stürmer mit dem rakete ja da kommt noch ein säure titan ich glaube nicht mit dem ja 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 nimm das haben wir tropäe bekommen dass jemand gemacht hat er kommt hier nicht vorbei ich bin ein schild für noch 400 weitere schüsse weiter naja 22 23 24 meine eine probe da bist du ich habe eine rakete mehr nein da kommt ja rüber daheim ein mecker vom wappen nicht getroffen in seinem bein habe ich doch noch höchstens gestreift jetzt muss aber überleben du hast die ganzen proben ja ja ich habe gerade ein kleines problem weil der titan der hat gerade ein problem damit bereit zu bestreiten na komm ich werde ja auch ein bisschen überrannt also nachher mein mecker liegt da noch er hat sich wacker geschlagen ja ich auch nur so sehr warm draußen naja wir haben es geschafft mit einsteiger anzeigen proben andere viele missionsziele ja da wäre jetzt in der neuer stadt ich möchte mal ein paar lieder eine proben finden würden wie gesagt noch besser machen aber 14 oder 11 ist auch nicht schlecht da haben wir die letzten ja also wenn man auf den höheren schwierigkeit grad geht da mal mehr prozent bekommt das kann man theoretisch schon auf die nächste oder müssen ja nur eine operation schaffen oder präzision sie findet spritz benutzt 16 getroffene schüsse jetzt nur ein paar lilaner hätte das wäre bombe wo wollen sie ihren kameraden bei der befreiung beistehen mehr taktik ziele massive feind schwer gepanzerte feinde das genau gleiche aber lebensmüder haben wir noch mal gucken wo wir so stehen gerade blitzen suchen und zerstören zerstört und finde und zerstört die terminiert bauten vielleicht haben wir das spiel genervt und wir wissen nichts davon jetzt steht der komplexe plan von taktik ausrüstung ich weiß nicht ob ich mein exo anzug brauchen kann aber ja ich bin sofort benutzen vielleicht stirbt nicht halt einfach an den tipp aus dem training sand buch stirbt nicht nein hier sind glaub ich geht mal okay da schon mal nicht so guter start naja ich bin gerade hier drin ja okay da ja jetzt ist er tot schon der nächste meinstig ich bin ich davon beeindruckt ich kann noch gar nicht dazu irgendwas zu sparen außer wie da hinten hat schon ich kriege einen schaden von liebten in dem ding er war nicht so stark wie du da müssen wir ein paar netter machen irgendwas da ich noch keine raketen mehr übrigens so ein so ein nest habe ich gerade kaputt gemacht aber die restlichen alle nein er sagt wir sind eine sehr blöden sparen punkten gewesen wo ist das erste mess ja dann von den schulen kommen säure zitaten ja jetzt noch wegen dem pilschein naja leute sind noch wieder hat den finden wir ja wir müssen jetzt erstmal ein paar dinger kaputt machen sie kann unterschied wie sonst auch da das ist mir egal ich wenn ich dann einfach weg ja die sind überall ich weiß pärscher versteckt man kann das müssen wir nur mit dem üblichen ja klar aber wir haben auch schon die elfte der dinger müssen wir ja nicht wir müssen nur das kann auch gar nicht sein wie ich gerade aber okay gut kommt so wesens zu mir hin ja wir müssen noch die dinge kaputt machen mein gott da haben wir schon einfach zu löchern eine menge aber ich habe keine spitzen leute geht weg dass ich ein kaputt machen wir sind ich gehe nicht mal ein kaputt einer was mich durch so ein schwein habe doch gekriegt ein ding wieso wir haben doch einen kaputt gemacht ja aber die sind noch alles auch nach rumlaufen gewesen ja noch so funktioniert hat nicht ich kann schon aber aber nicht so ja ich weiß ja da kann sie noch ich meine das war doch mal irgendwie so war und aber das war mal noch ein doch mein gott und das klima glaube ich jetzt mal mit sonnabgeschlossen ich weiß nicht was du ja ich glaube ich habe einen gibt angefangen oder irgendwas anderes keine ahnung aber genießt nur sehenswürdigkeiten sich ja gerade hat sie aber gesagt bis münchen so ein pilz rein gerade so ja ich bin auf dem weg ich renne du kennst dich wenn ich renne dann renne ich einfach das ding ja wie wir strahlen sind wir stecken schon gerufen ich wurde von vernichtenden clown erledigt ja da wird man erkennt man hier liegt so viel zeug gerade ja ich habe keine ahnung wo ihr überhaupt irgendwann ist ja ich habe keine ahnung wo ihr überhaupt irgendwann ist ja ich habe keine ahnung wo ihr überhaupt irgendwann ist ja ich habe gar nichts um den auszuschalten ja ich mache schon noch mein gotter kommen voll viele gegner ja ich habe mein geschützt auf den stürmer drauf gepackt ja ich habe sie nicht gegnern stehe hat stirbt alle mit mir warum säure total klasse weil habe ich geschossen hatten zu wach da wird man gar keine sachen mehr rufen da kann es aber weg gehen von mir 3 4 schaffen so eine ganze zeit da bist du naja dem sona war geschafft ich nehme an das dann irgendwo noch ein pierce außenposten noch mal eine minute noch hier sind natürlich voll wenig gegner hier darum gelaufen sind meine volle party am steigen aber es war hinter der nachher nachher ich würde mich überhaupt die kleineren konzentrieren ich meine kleineren nein ja guck mal zwei pierce ausposten ja wundern er hat nicht schaffen zwei sterne ja jetzt haben wir die operation schon gestartet es kommt mal wie weit war es noch schaffen dann weinen war 79 eliminierung nur wenn du die nester da gemacht hast würde ich die ganze zeit schon direkt in der Kirche anbieten Das war's für heute.